Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, jetzt haben wir es doch nach mehreren Umwegen geschafft. Ja, ich habe tatsächlich die falsche Abzweigung genommen. Ich bin nicht weiter Richtung Siegenfeld, sondern fälschlicherweise, Cholera-Kapelle, egal. Auf jeden Fall hier erstrahlen sie noch im Abendlicht unsere Lochsteine. Und ja, sollte noch funktionieren, dass wir heute dort hingehen. Und der erste Lochstein, ich weiß nicht, ist das der, ich glaube, das ist der hier. Das ist der erste Lochstein, den wir besuchen werden. Gut, sieht man jetzt sehr schön, weil wenn das Laub runtergefallen ist, geht es im Sommer. Es ist sehr, sehr ungut, auch wegen der zahlreichen Insekten. Gut, wir sind hier auf der Fläche der Kreinerhütte. Wandergruppe steht hinter mir. Chemtrailer sind auch wieder unterwegs, aber die interessieren mich heute nicht. Gut, also nicht mehr, nicht im Moment. Gut, ich würde sagen, nächstes Video hoffentlich dann von dort oben. Ende.